wer für uns in diesen Putzkrieg ziehen würde, sondern dann könnte man das einfach tun und dann auch viele Dreckpunkte auslöschen. Ja, aber das hilft ja alles nichts. Das Putzplan nützt ja nichts, wenn niemand hier ist. Also einige von euch, ich weiß nicht, wo ihr euch immer rumtreibt, vielleicht in Gronovo, das ist auf Deutsch heißt es Waldhaus oder Forst. Das ist ein kleiner Ort in Polen. Irgendwo im Nirgendwo. Aber wenn ihr da seid, dann könnt ihr nicht hier putzen. Das ist wirklich schlimm, wenn ihr irgendwo euch geografisch irgendwo in irgendwelchen Waldsiedlungen aufhaltet, die komplett entlegen und nicht verwechselt werden dürfen mit Gronovo. Das ist nämlich ein Nachbarort, der zu Deutsch auch Grunau heißt und in der Nähe ist, im Voidwurschaft Emblem Masuren. Der ist etwa fünf Kilometer südlich entfernt der Kreisstadt im Ragovo. Und wenn ihr euch da aufhaltet, könnt ihr nicht bei uns putzen. Das geht einfach nicht. Also ich höre nur immer putzen, 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 putzplanen und alles Mögliche. Also am liebsten hättet ihr es doch, wenn wir das nach irgendwelchen DIN-Normen machen. Was weiß ich? Putzverordnungsnummer DIN 1283 Seite 4 Absatz 5 Paragraf 2. Das ist mir einfach zu viel. Ist euch eigentlich klar, dass die Familie von Lö 1450 auf ihrem Rittergut überhaupt gar keinen Entschuldigung, putzplanen hatte. Ja, die hatten Personal. Personal ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Leute, die für uns putzen. Dann können wir nämlich auch nach wohin reisen? Nach Polen und können uns dort einen Bunten machen. Also im Grunde ist das alles völlig sinnlos. Wir brauchen kein Putzplan. Wir brauchen Personal. Ich habe mir das mal angehört. Ich glaube, ich bin oft genug zu Hause. Mir ist es egal, ob wir Familie sind oder nur Kollegen. Ich glaube, darum geht es überhaupt gar nicht. Ja, ich mag euch so, aber nee, erstens will ich nicht will ich nicht irgendwen irgendeine Reinigungsfirma hier engagieren, weil wer weiß irgendwie mit was die was für Putzmaterial die um die bringen ihr eigenes Zeug mit und ich glaube, das ist so das Hauptproblem. Deswegen fasse ich auf jeden Fall auch derzeit nichts an. So egal, ob ich zu Hause bin oder nicht. Weil das ist Putzzeug ist einfach scheiße. und da kann ich zu eurer These zu jeder von eurer These ja die Antithese aufstellen. So These ich lese das mal vor. These wäre nämlich das Haus ist rot Antithese das Haus ist nicht rot. So und bei uns kann man das mal so sagen das Putzzeug ist okay aber hier greift die Antithese das Putzzeug das sie benutzen ist mal nicht okay. so muss ich jetzt mal sagen Kameras da kannst du mich nicht putzen filmen. Frauke du bist okay ich bin okay wir sind okay ja wir sind einfach wir sind doch eine Familie Leute ob nur welches Putzmittel man benutzt ja oder wie jetzt die Ordnung genau aussieht oder sowas das kann doch alles nicht ausschlussgebend dafür sein ob am Ende das Bad geputzt ist oder nicht sondern stattdessen müssen wir einfach mehr denken füreinander ein Sozialverhalten zeigen schaut euch die Verhaltensbiologie an ja schon seit Jahrhunderten forschten die da dran um zu verstehen wie Tiere zusammenleben und die tun das alle im Familienverbund es gibt Beschwichtigungssignale wenn jemand in der Brutpflege beschäftigt ist dann braucht er besonderes auch Rücksichtnahme und dann gibt es Territorialverhalten auch unser Bad ist ein Territorium versteht ihr und da ist es wichtig dass wir uns als Familie verstehen weil das ist der einzige Weg Aggressionshemmung zu praktizieren und was sehen wir in dieser Diskussion alle werden immer aggressiver die Aggressionshemmung funktioniert nicht mehr ich sage euch unser Sozialverhalten ist wirklich zu wünschen übrig ja also ich sehe das ganz genauso wie der Gerrit ja ich finde jetzt also ich finde ja natürlich auch diese Kameras könnten auch zu mehr Frieden führen ja ich finde das hört sich jetzt bei uns alle schon an wie zum Beispiel damals 1871 im deutsch-französischen Krieg ja das kommt mir jetzt alles ein bisschen ich möchte nicht sagen spanisch sondern deutsch-französisch vor wie wir uns alle hier miteinander ja duellieren möchte ich gerade schon sagen warum machen wir nicht einfach ne Thesen und Antithesen ne Frauke also warum machen wir nicht einfach mal so ein großes ich sage mal so wir können aber sagen Putzplan wir können auch sagen Versailler Vertrag ja und dann unterschreiben wir mal alle drunter und zwar wirklich mit am besten am besten wir begeben uns dazu alle an so einen an so einen wichtigen Ort jetzt nicht des Bads sondern eher so Frankfurt am Main zum Beispiel und unterschreiben das mal alles so ein bisschen also wirklich einfach so einen guten Vertrag und wir sind dann alle können dann diesen Frankfurter Frieden quasi einfach feiern ja das wäre mein meine mein Standpunkt jetzt mal ja ich muss dazu sagen das finde ich eine hervorragende Idee denn wir finden wir finden uns im Ausnahmezustand also das bezeichnet einen Zustand die Existenz einer Gemeinschaft oder Staat also wir quasi oder die Erfüllung von staatlichen Grundfunktionen die das Badezimmerputzen maßgeblich von einer Instanz als akut bedroht erachtet angesehen wird und ich glaube tatsächlich also verwandte Begriffe wir haben hier einen Notstand in essentiellem Ausmaße bei uns im Badezimmer und das rührt daher dass wir wie du eben schon sagtest einfach uns mal zusammensetzen sollten einfach mal da sein grundsätzlich hier zu Hause sein niemand von uns ist daran beteiligt weil keiner da ist um sich überhaupt mal diesem Problem anzunehmen und wenn es keine Freiwilligen gibt sich ein Problem anzunehmen dann müssen welche bestimmt werden und entweder sind wir häufiger hier zu Hause um Leute zu bestimmen um diesen Ausnahmezustand zu beenden der hier hilft oder wir können das ganze Konstrukt unseres Zusammenlebens einfach mal vertraglich vereidigt in die Tonne werfen also wenn ihr alle Frieden und Ruhe wollt dann geht doch einfach ins Kloster da gibt es genug Möglichkeiten um sich zu entspannen habt ihr schon mal davon gehört dass irgendeiner von diesen wirklich großen bedeutenden Menschen in seinem Memoran geschrieben hat dass sie einen Putzplan hatten also ich bin nach wie vor der Meinung dass der Mensch nicht dafür geschaffen ist überhaupt zu putzen ja das sind doch alles solche ja Beschäftigungen denen man nicht nachgehen sollte man hat doch wirklich Besseres zu tun zum Beispiel zu reisen ja oder Schlachten vorzubereiten als dass man sich jetzt ums Putzen kümmert das sind Tätigkeiten die können andere ausführen also ich weiß gar nicht was ihr wollt Frankfurter Frieden so ein Quatsch ich lasse doch nicht andere meinen Krieg führen gegen Bakterien und Schimmel ich würde das mal mit einem Militärbegriff nämlich Militär untermauern wollen wir befinden uns hier in einer Art ja Krieg gegen Schmutz und da können wir nicht also ich meine das können wir nicht outsourcen an irgendwen geben die machen das vielleicht gar nicht so wie wir das brauchen wie gesagt die benutzen nicht das richtige Putzmittel du sprichst von Familie so ja aber dann sollten wir auch füreinander sorgen und nicht diese ätzenden Sachen benutzen die derzeit in unserem Schrank stehen so das kannst du ja mal fotografieren was für ein Müll da derzeit drin steht so und ja ich begreife das tatsächlich als eine Art Krieg und wir brauchen da einen naja vielleicht nicht Putzplan so aber wir müssen da schon einen Plan haben welche Dinge drin stehen was eigentlich was natürlich abbaubar ist und und so ich ich ätze mir da jetzt nicht weiter irgendwie meine Lungen mit dem Zeug also eure Gefühle sind mir wichtig Gefühle Movere Emotion heißt sich bewegen zum Beispiel auch zum Bart um das mal endlich wieder ordentlich zu machen ja also Emotionen sind Bewegungen die zu einem Ziel führen nämlich dass das Bart geputzt ist und Gefühle kann man nur ordentlich ausdrücken nicht wenn man über Krieg daher faselt sondern wenn man versucht zu verstehen was es bedeutet zusammenzuleben und gemeinsam sich ein Klo zu teilen ja ich meine wir machen da alle rein jeden Tag ja und alles mögliche kommt da rein und das da müssen wir auch als Familie dafür zustehen und es gibt Tiere die machen ja auch als Reviermarkierung machen die ja auch sowas um sich anzudeuten dass sie jetzt hier immer täglich ihr Geschäft machen und das ist die Art von Abstraktion die vonnöten ist und eine Theorie die da auch hintersteckt die wir hier an dieser Stelle brauchen ich kann nur sagen unsere unsere Gefühle müssen und dürfen hier eine ganz entscheidende Rolle spielen das ist einfach ganz wichtig in dieser Diskussion da möchte ich nur noch mal wichtig darauf hinweisen und wir kommen auch nicht als Familie zusammen wenn wir unsere Gefühle unsere Gefühle von innen nach außen lassen ja also Gefühl das ist so wie das Wort wie Geschmack ja das ist eine Sinnesmodalität die die muss man zulassen lernen zulassen ja Geh fühl Geh Schmack ja und auch auf dem Klo und auch wenn es stinkt ja lass das lass das raus ja wir sind eine Familie bitte ja also was jetzt ich sag mal so was jetzt was ich jetzt da gerade fühle ja und merke und spüre und was sich in mir bewegt das hast du ja sehr gut formuliert ist eigentlich gerade Aggression ja ich werde hier sehr sehr aggressiv man könnte auch Wut dazu sagen ähm und das braucht man ja aber auch ne wenn man wie Frau gesagt wir sind ja uns wir befinden uns ja in einem Krieg ähm und man könnte auch sagen in einem Konflikt ja von Lateinisch weiß ich nicht ob ihr das schon wusstet kommt von Konfligere Zusammentreffen Kämpfen ja PPP Konfliktum das ist ähm das ist nämlich immer so wenn Interessen ja Zielsetzungen oder Wertvorstellungen von Personen zum Beispiel wir ja als Familie ja oder ne als WG oder weiß ich was ähm miteinander unvereinbar sind ja oder wenn die unvereinbar erscheinen das ist ja auch nochmal eine Sache ja vielleicht erscheint uns das nur so und wir finden einfach eine ganz schnelle Lösung aber noch nicht jetzt ähm wenn man sich den Konflikt auch mal genauer anschaut ja es gibt Rollenkonflikte es gibt Verteilungskonflikte es gibt Zielkonflikte und ich würde euch ganz ehrlich sagen ich glaube wir haben alles davon ja Rollenkonflikte wer ist denn gerade dran mit Bartputzen Zielkonflikte wer wer macht es denn so wie wir das am Anfang mal vereinbart hatten ja womit ich wieder gerne die Kameras ins Spiel bringen möchte aber davon will ja keiner was hören Verteilungskonflikte ja manche haben jetzt schon öfter die Aufgabe von anderen übernommen finde ich aber nicht gerecht muss man auch mal sagen also das mal ich möchte jetzt mal das Wort ähm Konflikte damit ihr da alle mal drüber nachdenken könnt wollte ich das mal reinbringen ja hervorragend ich bin auch bei Konflikten die ich reinbringen möchte aber auf anderer Ebene das geht hier zum Beispiel auch du hast schon sehr schön den Begriff definiert ich würde noch den Beziehungskonflikt mit reinbringen die empfundenen Gegensätze in Bezug auf Verhaltensdispositionen unabhängig davon gibt es in der psychodynamischen Theorie noch den Begriff zentrales Beziehungskonflikt das Thema was wir hier haben da wir keine vernünftige Beziehung aufbauen können wenn nie einer da ist ihr treibt euch viel mehr in anderen Wohnungen rum als in unserer eigenen natürlich führt das auch dazu dass hier weniger geputzt wird natürlich verunreinigt ihr auch deren andere Wohnungen was eure Konflikte da viel eher machen könnte als hier aber wir haben einen Interessenskonflikt in diesem Fall weil ihr gar kein Interesse daran dass unsere Wohnung vernünftig ist weil ihr ja nie hier seid ich bin ja der Einzige der irgendwie die ganze Zeit immer hier ist und das Bad putzt mit Putzmitteln die keiner haben möchte ich finde sie einigermaßen in Ordnung aber der Konflikt hier an sich ist ein Motivationskonflikt weil ihr einfach nicht motiviert seid unser Bad zu putzen da andauernd woanders euch rumtreibt und es ist auch ein Vermeidungskonflikt in diesem Augenblick da weil ihr vermeidet hier das Ganze zu machen und lasst mich mit okay es sind Putzmittel die sind günstig aber ich versuche hier die Gemeinschaft noch am Laufen zu halten du kannst deine Kameras aufstellen und sehen dass ich hier noch am Putzen bin aber ich würde mir wünschen dass ihr häufiger hier seid damit der Konflikt einfach nicht mehr zustande kommt dass wir hier ein Problem mit unserer Badhygiene haben und ich gebe mir äußerste Mühe damit und wenn euch das nicht ausreicht dann müsst ihr das selber machen ich möchte nochmal das Kriegsthema aufführen also Kriege erfordern ja nur Opfer das ist uns ja allen klar allein bei der Schlacht von Jena und Auerstedt gab es zahlreiche Verluste 33.000 Tote Gefangene und Verwundete wollt ihr das? ja was ist denn das für eine Frage? niemand will hier Tote da stimmt jetzt niemand höchstens an den Putzmitteln ja aber wir können da Entschuldigung ja das bringt uns jetzt nicht weiter nein konnte noch nichts ja also ich bin ich möchte nicht sterben ja also die die Gefährlichkeit der Chemikalien die diversen Reinigungsmitteln zugeführt sind die sind uns ja allen bewusst ja und ich bin nach wie vor der Meinung dass wir Söldner anstellen sollten ja also die sich darum kümmern ja also wir müssen nicht alleine in den Kampf gegen Bakterien Staub und Viren ziehen es gibt dafür qualifizierte Menschen also wir sind alle nicht kampferprobt wie wir ja wissen und wie sich auch wie sich das auch abzeichnet an der Nicht-Einhaltung des vor 14 und einhalb Monaten aufgestellten Putzplans ja also ich möchte noch nicht sterben ich bin zu jung dafür an dieser Stelle ist es vielleicht also du sagtest hier Söldner ne und vielleicht bringt uns auch der Begriff Streitkräfte ne wer sind denn unsere Streitkräfte wer sind soll engagieren wir Söldner die müssen so Streitkräfte beschaffen sein ich würde sagen hier Streitkräfte ist die Bezeichnung für eine spezifische Organisation von bewaffneten Menschen die in Staaten speziell zur Durchführung des bewaffneten Kampfes aufgestellt ausgerüstet ausgebildet und geführt wird so ja wenn man das mal auf uns überträgt ne wir sind die Soldaten die bewaffneten Menschen aber mit was für Waffen gehen wir denn gerade vor mit was für Waffen das ist wir haben hier dieses du hast es gesagt Billigzeug ja das 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 kippen wir hinterher in unsere Kanalisation was tun wir uns an wenn wir es einatmen was tun wir unseren Mitlebewesen an wenn wir es in den Ausfluss geben so das heißt die Bewaffnung funktioniert wie wir sind bilden derzeit keine Streitkräfte wir können gar keine Streitkräfte sein in diesem Kahn mit der Klo mit dem Klo und ja und insofern würde ich sagen wir müssen also um überhaupt Streitkräfte hier bilden zu können Soldaten sein zu können in diesem Putzkrieg müssen wir die ordentliche Bewaffnung herstellen wir brauchen neue Putzmittel ich nehme davon nichts in die Hand ich gehe nicht in diesen Krieg wenn ich nicht ordentlich ausgerüstet bin korrekt sehe ich auch so Rauke bitte Olivia jetzt fangt ja alle auch damit noch an also bitte das ist doch hier wir sind doch nicht im Krieg bitte also wir sind wenn dann ist der ist der Feind außerhalb und versucht uns zu teilen wir müssen zusammenstehen und ich erzähle euch eine Geschichte weil mich das selber persönlich auch sehr beschäftigt die streitenden Königreiche die streitenden Reiche in China ist eine lange wichtige persönliche Geschichte für mich wirklich und die die haben in ihrem Namen streitende Königreiche und so streiten wir auch aber wisst ihr warum sie so stark gewesen sind und Jahrhunderte überdauert haben weil sie nach außen gegen die Barbaren zusammengestanden haben ja und aus diesen Reichen sind großartige Dinge hervorgegangen wir haben denen die Kavallerie zu verdanken den Streitwagen die Akupunktur die Grundlage der großen Mauer das sind alles Dinge die aus einem Streit entstanden sind aber weil die streitenden Königreiche als Familie zusammengehalten haben versteht ihr das ist einfach wir müssen diesen Streit als Chance verstehen ja wir können das wir können dahin finden oder ich bin erst dran ja und ich möchte hier auch mal ganz gucken also Streitkräfte und irgendwelche Geschichten aus aus Asien ja chinesische Mauer das wird mir jetzt hier alles zu bunt ich habe fast schon die Idee dass ich mich jetzt gleich trennen werde von unserer Familie ja aus diesem WG-Verbund ja ich weiß nicht mehr weiter ich weiß nicht mehr weiter und es ist die Scheidung quasi steht bevor die es gibt ja verschiedene Gründe für Scheidungen man kann hier mangelnde Homogenität der Partner ja das sehe ich hier bei uns auf jeden Fall ja ich sage Kameras ihr sagt nein ja Frauke sagt hier besondere Putzmittel wir sagen nein der Bindungsstil ja ich finde da haben wir aber gehörig was was sausen lasse in den letzten Jahren ja das war ja mal ganz Anfang am Anfang war das ja ganz anders und diese Selbstwirksamkeit ja diese beziehungsbezogene Selbstwirksamkeit das ist ja quasi das Gefühl das das eigene Engagement die Wirkung zeigt aber das habe ich nicht mehr ja wie gesagt ich putze und putze und putze und das kommt ich fühle mich als wäre ich erlernt erlernt hilflos ja und jetzt jetzt kommst du René aber Olivia tu das nicht also wir können noch alle wir können einen Konsens finden das ist die einstimmende Meinung von Personen über eine Frage ohne verdeckten oder offenen Widerspruch also der Konsens der wurde aus der Kanzleisprache im 15. Jahrhundert abgeleitet vom lateinischen Konsensus im Sinne von Überein oder Zustimmung und wir können einen Konsens finden über diese ganze Schicht du musst nicht weglaufen das ist überhaupt nicht notwendig wir sind hier schon eine Gemeinschaft komm wieder zurück komm zu uns sei wieder häufiger hier dann wirst du auch sehen wie gut wir harmonieren können also wir finden einen Konsens wir kaufen vernünftige Putzmittel für Frauke wir sind eine Gemeinschaft für uns alle wir finden da einen Konsens weil der Konsens im Rechtssystem ist eigentlich auch als Gegenpart zum Dissens im Vertragsrecht zu sehen wir können auch einen Vertrag herstellen über unsere Putzgeschichte ich komme ja entgegen euch alles das muss ja hier nicht so enden nur ihr müsst einfach dafür hier sein das funktioniert nicht wenn wir hier immer irgendwelche Videokonferenzen machen können und ich weiß auch in den heutigen Zeiten sich zu treffen ist es wirklich schwer aber wir finden einen Konsens wie wir zusammenkommen da ganz gewiss in der Normung wird da definiert eine eingemeine Zustimmung durch das Fehlen und Aufrechterhalten von Widerspruch gegen wesentliche Inhalte seitens irgendeines Anteils der betroffenen Interessensgemeinschaften gekennzeichnet ist das heißt wir müssen uns nur zusammenschmeißen und wir finden eine Lösung für dieses blöde Bad Problem also Olivia ich bin voll auf deiner Seite ich kann das total nachvollziehen und verstehen und ich weiß nicht vielleicht hast du ja Lust mit mir ein Bündnis eine Allianz einzugehen ja das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Verbündete ja Verbündete wir könnten gegen die Achsenmächte ja also eine 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 absolut starke Großmacht sein und könnten uns in einem Befreiungskrieg von diesem ganzen Putzwahnsinn und von der chemischen Kampfkeule freimachen und ja ziehen halt einfach ins Elfenwunderland oder wir tanzen in unserem weißen Leinenkleid im Garten also ich wäre für eine Allianz mit Olivia und alles andere ist mir sowas von egal ja ich bin jetzt so ein bisschen sprachlos das ist für mich klingt das ein bisschen nach sozusagen nach nach einer Fede nach das ist doch eine Rache das ist du wirst dich an mir rechnen weil weil ich finde das wird jetzt mir ein bisschen persönlich ja weil ich dir den Hans ausgespannt habe so deswegen willst du doch argumentierst du die ganze Zeit gegen mich das ist was persönliches richtig fertig ja jetzt schließt du dich mit der Olivia zusammen ich finde das ist ja ich finde ich weiß überhaupt nicht mehr was ich sagen soll so weil ich die ganze Zeit rede ich doch davon dass dass ich nicht jemanden engagieren möchte der widerliches Zeug in uns und du arbeitest komplett dagegen und ja das ist hier Fede Fede sage ich hier die wird heutzutage auch mit Blutrache gleichgesetzt Blutrache willst du einen persönlichen Krieg mit mir? Nö also die Hans Dache war nicht lustig ich finde es auch nicht lustig auch nicht lustig so Leute die Hans war lausig im Bett von Krieg erst reden jetzt von Scheidung und alte Geschichten wieder aufwärmen ich glaube unser Hauptproblem ist einfach dass wir einfach in diesem alten Ernährermodell feststecken in dieser Hausfrauen sozusagen und dass wir einfach hier dass es einfach eine ungleiche Aufteilung gibt wer für das Einkommen zuständig ist und wer zu Hause auch für die Ordnung da ist ich glaube das ist unser Hauptproblem ja und das da müssen wir es einfach bewusst machen und dann verstehen wir auch was für Emotionen hatten wir ja da wieder auf uns zuschwappen ja also lass das mal also das mit dem mit diesen alten Liebschaften und sowas das ist alles doch lange schon vorbeilen wir können uns doch wir können doch ganz viele verschiedene Modelle hier fahren ob wir hier irgendwie ein Einverdiener Modell fahren oder auch Mehrverdiener Modell fahren und auch andere zu Hause bleiben wir müssen einfach gucken dass wir für alle selbstverständlich das Armutsrisiko niedrig halten und dass wir uns nicht einem starken Ernährermodell irgendwie unterordnen sondern dass wir das gleichberechtigt machen das ist doch wichtig und dann dann ist Bartputzen Hausmannskost also wirklich das ist das wird alles viel einfacher oder Olivia bitte nicht auszüllen ja also ich finde es ganz schwierig natürlich möchte ich mit Susanne hier gerne ja sehr gernstens eine Allianz bilden ja es ist natürlich auch schwierig hier Frauke da so völlig vorne ja außen vor zu lassen das möchte ich natürlich auch nicht wobei ich sage euch ganz ehrlich mir geht es hier jetzt bald um die Ehre ja und und auch um den Ehrebegriff ja weil im Wertesystem von vielen traditionalistischen Gesellschaften und da hat ja auch der Gerrit gerade drüber gesprochen ja sind wir vielleicht dieses traditionalistische ja Gefüge ja besteht das gerade bei uns da ist nämlich da hängt die gesellschaftliche Ehre ja der gesamten Familie ja sind wir ja Familie auch noch vom normgerechten Verhalten aller Angehörigen ab ja und jetzt guckt mal jeder Einzelne ja wie normgerecht ihr euch verhaltet und da geht es gar nicht um Allianz oder da geht es gar nicht hier um Krieg oder Fede oder weiß es ich was sondern es geht einfach um die Ehre und ich finde auch jemand der putzen muss und es dann nicht tut der verletzt unsere Familienehre ja und ihr wisst was darauf steht vielleicht in so einem traditionalistischen Modell wie dem unseren also ich plädiere nochmals ja weil ich dieses Wort nicht aussprechen möchte was dann passieren könnte wenn die Ehre verletzt wird plädiere ich nochmals für ganz easy mehr Kameras ja kann man so vielleicht sehen aber ich bin da etwas anderer Meinung das Ganze aber da wir ja auch kurz vor Ende sind also wir müssen uns mehr mit der politischen Theorie auseinandersetzen das Ganze was wir hier machen das ist eigentlich schon Politik an sich die wir haben weil wir einzelne Stadtpunkte haben wir sind einzelne Fraktionen die sich hier mit unterschiedlichen Ideen beschäftigen und deswegen macht es einfach Sinn wenn wir mehr zusammenkommen also je nach Institut wird das auch politische Philosophie sogar genannt oder Theorie und Ideengeschichte der Politik und wir sollten uns mehr koalieren und zusammentun und da keine riesige Politikwissenschaft draus machen sondern einfach mehr hier sein um wirklich das in die Hand zu nehmen nicht mehr theoretisieren das Ganze sondern auch praktisch in die Tat umsetzen denn diese ganze politische Ideengeschichte gibt es schon seit der griechischen Antike und seitdem haben sie immer wieder mit Problemlösungen zu tun und das sollten wir auch machen nicht einfach so viel drumrum reden sondern mal lösungsorientiert das Ganze betrachten und einfach grundsätzlich anfassen einfach machen und nicht so lange drüber reden ich glaube ich nehme jetzt einfach Putzmittel und putze jetzt das Bad und dann machen wir das ja haben wir keine Lösung aber dann ist das Bad wenigstens sauber und ich glaube dass wir auch hinterher nicht diesen Streit einfach nicht beilegen können weil ich glaube zum Streit kommt es einfach so nicht da braucht man ganz andere Mittel und Wege um hinzukommen man kommt also zu keinem vom Konsens man kommt von der Ehre ich glaube zu Streit also es ist ganz schwierig da hinzukommen ich glaube ich putze jetzt einfach das Bad Darf ich abschließend noch mal was sagen ja also ich würde gerne noch mal was vorlesen ich habe was gefunden zum Thema Recht so wer hat denn eigentlich hier in unserer Diskussion Recht Recht bezeichnet die Gesamtheit genereller Verhaltensregeln die von der Gemeinschaft gewährleistet werden solche Verhaltensnormen entstehen entweder als Gewohnheitsrecht in dem Regeln die von der Gemeinschaft als verbindlich akzeptiert werden fortdauernd befolgt werden oder als gesetztes positives Recht und so weiter und so fort und was sich daraus für mich ableitet ist vielleicht vielleicht fassen wir das einfach mal zusammen was wir hier haben vielleicht hat jeder von uns ein Stück weit auch recht ja selbst du Olivia gucken wir es uns mal genauer an dokumentieren wir mal was hier eigentlich gewesen ist aber vielleicht ist es auch so wir müssen mehr zusammenrücken mehr da sein als Familie ich das mit dem outsourcen ist immer noch so eine so eine Frage aber vielleicht outsourcen wir das indem wir sozusagen das tatsächlich mal wieder reihum gehen lassen und ich würde einen guten Schritt dafür tun und zumindest mal outsourcen und uns beraten lassen dass wir Putzmittel haben die abbaubar sind so und und wenn wir das richtige Putzwerkzeug haben dann können wir auch wieder eine Familie sein mehr miteinander tun Olivia vielleicht zeigst du einfach mal irgendwie wie der Schrank vor 14,5 Monaten aussah du hast da ja schon fotografiert dass wir das auch wieder ordentlich hinkriegen so und ich würde auf jeden Fall gerne wieder zusammenrücken und vielleicht holen wir uns auch mal einen Profi der uns berät und soweit würde ich auch mitgehen mit deiner meinen ja dass wir jemanden uns von außen haben und den Söldner meine Liebe so wenn also ja meine Güte aber vielleicht haben wir einfach alle recht ich würde das noch abschließen die Runde ja also im Grunde habt ihr mich jetzt auch überzeugt also ich hab dir die Sache mit dem Hans zwar sehr übel genommen Rauke ja und Olivia deine Ansicht fand ich jetzt schon ein bisschen fatalistisch mit dem R-Begriff ja das ist ja auch so ein bisschen negativ konnotiert also ja also ja aber ich möchte jetzt auch mein Wirtschafts-Embargo ja dass ich euch die finanziellen Mittel gekürzt habe bezüglich der Beschaffung von Putzmitteln das möchte ich jetzt zurücknehmen ja also wer will kann gerne so viel Putzmittel einkaufen wie ihr wollt ja Embargo kennt ihr ja aus dem spanischen ja bitte nur Bio-Putzmittel aber man kann zur Reinigung der Kaffeemaschine kann man auch einfach nur ja Zitrone Zitronensaft nehmen oder so ja wie dem auch sei ich würde jetzt hiermit mein Wirtschafts-Embargo zurückziehen ja und die finanziellen Mittel wieder fließen lassen damit wir nicht ja wie das vielleicht auch passieren könnte dann irgendwann wieder in so eine Art Steckrüben Winter geraten wie das damals im Deutschen Reich gewesen ist wo ein Drittel der Lebensmittel importiert werden musste was ja auch nicht so richtig gut ist ja also ich denke wir haben zu einem Konsens gefunden und oh sie hat einen Daumen gemacht und sind wieder eine Familie ja wir sind wieder eine Familie ach wie schön gut danke fürs Spielen danke